und jetzt bin ich hier angekommen aber jetzt kann ich euch auch mal das zimmer zeigen was ich bekommen habe also passt mal auf hier ist also ein schreibtisch eine kleine garderobe hier ist der eingangsbereich und das bad so das ist der lange flur so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, und zwar hier, ich würde mich freuen. Also, bis bald!